Grüßt euch, liebe Freunde, auch ein Kanal von pvpok, weiter geht es hier mit Night of the Dead und mein Adventskalender, der ist voll, wir sind nämlich heute am 24. Türchen, nein, es kommt jetzt die 24. Nacht und da habe ich mir was ausgedacht und zwar, da ja unser Brennstoff, den wir hier für die Flammenwerfer haben, ja, nicht so spärlich fließt, weil ich die Ölpumpe noch nicht gebaut habe und etabliert habe, wie das funktioniert, weiß ich noch nicht, müssen wir ausprobieren. Dann werden wir heute versuchen, die Zombies mal von einem, ja, Feuerspeier hier, ne, zum anderen zu locken. Das heißt, wir fangen jetzt mal hier mal an, die Wave started, ihr seht es oben im Bildschirm und jetzt schauen wir mal, ob die Zombies wirklich darauf reagieren, da wo ich stehe, dass sie spawnen. Wenn das der Fall ist, dann hätten wir quasi gewonnen, dann könnten wir sie von einem Flammenwerfer zum anderen Flammenwerfer dirigieren. Wäre natürlich eine super Sache, weil ich kann alle Flammenwerfer zwar momentan bestücken, aber wenn dann aus ist, ja, dann fackelt nichts mehr, ne, und dann müssen, muss unsere Straße herhalten, die wir dann ja wieder bauen müssen, reparieren müssen, nachladen müssen. Das ist natürlich wieder ein Problem, dass wir dann wieder ganz vorne in vorderster Linie sind und da könnte es natürlich passieren, dass wir ruckzuck, äh, brauchst du es zu essen? Jetzt nochmal schnell ein Giggelte und das Fleisch. Und ja, sie kommen hier. Also momentan ist es so. Das ist nicht verkehrt. Dragen wir mal, wie viel der noch hat. Der hat noch 73, okay. Gut. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier einen Großteil der Welle, wie es geht, abarbeiten können. Ich hoffe, es funktioniert. Gut. So. Dann wird es. Und jetzt Merk. so ein flammenwerfer der macht also schon erheblich schaden das ist schon nicht schlecht aber wenn natürlich dann solche karenz männer kommen wie der hier dann braucht natürlich der flammenwerfer auch unheimlich energie das geht natürlich weg wie war es sein ok da fangt sie nicht schlecht ja dann gehen wir mal zum nächsten flammenwerfer wir müssen doch mal hier runter loben schauen wie viel der noch hat 32 die reden da hinten erst einmal ja auch die sind auch von dahinten gekommen also das hat so nicht funktioniert dass wir die jetzt so locken könnte dass der dass die hauptmasse daherkommt ja das ist natürlich schade dass das nicht so funktioniert dann werden wir halt den hier aufladen und dann gehen wir zum anderen flammenwerfer müssen wir mal schauen müssen wir hier eigentlich schon was aufladen das schaut ja momentan noch ganz gut aus so ab zum nächsten flammenwerfer schauen wir mal wie viel der hat er hat ja nichts mehr der kriegt dann auch mal 49 dann schauen wir mal was wir hier reloaden müssen nix oder ganz gut aus dann gehen wir wieder zum nächsten flammenwerfer ja das ist heute das spiel der flammenwerfer wie viel hat denn der der hat nichts mehr dann kriegt der 49 sollten vielleicht ein wenig aus dem weg gehen weiter zum nächsten flammenwerfer der hat noch 70 okay das ist ja ganz gut dann laufen wir wieder zum nächsten flammenwerfer das ist heute ja der spießrutenlauf von einem flammenwerfer zum anderen der kriegt dann auch gleich noch einmal 49 so müssen wir irgendwas nachladen er zeigt mir nichts an dann bewegen wir uns doch mal hier rein machen wir mal die türen auf damit unser geschütz auch schießen kann dann laufen wir hier mal nach vorne da fliegen die pfeile und die fetzen da geht es wieder mal rund funktioniert eigentlich ganz gut doch aber doch schon mal ich sch invisibilitet r realoads machen akkann wir ganz проч-reload schlappen nochmal mit der reload aahja....ok ist gut grad signature r r r a r r r a r d d d d e v eeee r a r a r a d e d ee r a r a r a r r 18 ee d d e r a r a r u r a r a r d e r a r a r a r a r r a r a r a r a r a r d i r a r so die mehr die haben wir doch ganz gut im griff hier würde ich mal sagen jetzt könnten wir eigentlich wieder zu unsere flammen wer verhüpfen 35 ok dann kriegt er noch einmal ein batzen auf geht's zum nächsten flammenwerfer genau das geht ja heute wie beim pritzel backen das ist ja voll stress heute aber das macht nichts so was haben wir denn der hat es sollte eigentlich erst einmal wieder langen und dann schauen wir mal hierhin wieviel der noch hat er hat 40 wir haben bloß noch 18 kanister da ziehen wir doch 20 davon ab da kommt keiner mehr und keiner mehr hier bin ich alle leute da war wieder ein knallfrosch unterwegs so gut dann laufen wir zu dem äußeren muss nicht verlaufen dem können wir auf jeden fall noch mal was geben ja der kriegt dann noch mal die hälfte dann haben wir noch einmal 19 19 haben wir übrig und dann sollten wir uns wirklich darum kümmern dass mir diese ölpumpe irgendwie zum laufen bekommen damit wir mehr benzin haben sodass der kriegt den rest und dann war's das dann gehen wir jetzt wieder in unsere auf unsere straße ist man gehen wir auf die straße und dann schauen wir mal was sich hier tut die kleine lümmel springt doch der wie so ein ja wie so ein gummibällchen na gut da hat es ganz schick gefackelt da kommt noch mal einer da hinten es gibt natürlich wieder haufen nut bis wir das wieder eingesammelt haben oder hinten läuft ein mehrere laufen da okay den hätten wir auch aber er macht natürlich auch wieder viel kaputt so wen haben wir denn noch jetzt geht es aber hier rutsch doch der hermetzger oder oder Let's go! Na ja, komm! Du machst hier mein Zeug nicht kaputt! Oh, ich hab wohl Schuss! Okay, weiter geht's! So, was ist denn jetzt hier drüben? Ah, die haben schon Ruhe gegeben! Ach, da ist noch einer! Na ja, natürlich der Heidi wieder! Der gibt wieder keine Ruhe nicht! Ja, Wahnsinn! Haben wir da irgendwo einer? Ach! Der arme Irde! Na ja, fertig! Wo ist noch einer? Da haben wir noch einen Verirrten! Ja, 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 ja! Du nackertes Wendle, du! Die dich mal hoch, wenn's das nächste Mal kommt! Lauf der einfach hier nackert durch die Gegend! Ja, wo sind wir denn hier? Hä? Ah, mei! Immer diese halben, diese halben Portionen da! Das ist doch zum Vorlaufen! So, war's das jetzt endlich! Na, da bewegt sich noch was! So, haben wir noch mal einen? Ja! Ach, der Bogen, der ist wirklich... Ganz da hinten ist noch einer! Den kann man schon fast jetzt sehen! Der kommt halt her! Was ist er denn? Was, hier war auch noch einer? Ach, du bist der letzte Mohikaner, der hier übrig geblieben ist, wie es ausschaut! Noch einer! Ach, die Frau da, diese... Diese liebe gute Frau, die immer so schnell laufen kann! Ja! So, einer ist noch da hinten irgendwo! Weil die Musik ist noch nicht aus, es ist 3 Uhr! Irgendwo da hinten ist er doch! Er mag nicht hierher! Sind die letzten da hinten? Und nun kommen wir sie denn nicht her! Oh! Hammer Kerl! Den hat's ja gleich von dir socken gehoben! Diese doofe Mauer da! Mann, muss ich weiter hier rüber! Da ist noch einer! Okay! Ja, einer war noch da! Einen hatte ich noch gesehen! Da ist noch einer! So ist es jetzt endlich gewesen! Ja! So schaut's aus, dass es das gewesen war! Gut Leute! Ihr seht, was hier alles an Loot rumliegt! Und wir werden uns jetzt die nächsten Tage müssen wir uns einfach darum kümmern, dass wir genug Benzin bekommen! Es scheint gar nicht einmal so einfach vielleicht zu sein! Ja! Ich sammle den Loot auf! Werde hier alles reparieren! Und ihr könnt mittlerweile in die Haya 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 gehen! Könnt Weihnachten feiern! Oder wie auch immer! Oder fast schon Silvester! Dauert ja nicht mehr lang dann! Wenn ihr das Video gesehen habt! Dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten! Freut mich, dass ihr da wart! Gebt noch ein Like! Schreibt einen Kommentar! Und abonniert den Kanal, wenn er euch gefallen hat! Macht die Glocke an! Dann seid ihr immer informiert, was es Neues auf meinem Kanal gibt! Und in dem Sinne sage ich dann einmal Haltrio! Bis zum nächsten Video! Tschüss! Bye-bye! Arrivederci! Euer PvP OK!